Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar haben wir eine Intellion 14 Box, da kann ein Evolution Booster drin sein, schauen wir mal, vielleicht gönnt's und eine Weg des Champs Pin Collections mit drei Booster, dreimal Quardevoir, mega krank, schauen wir mal, vielleicht gönnen die, ich suche ja immer noch Glurak, vielleicht ist heute die Suche endlich beendet und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst ja eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! Dann schauen wir mal, ob die Tin Box ein XY Evolution Booster gönnt, das wäre mega krass, wirklich, ich schwöre, das wäre mega krass, wenn das gönnen würde, auf jeden Fall, da haben wir mal Die Intellion 4 Karte Dann haben wir einmal den Code für euch, für die Tin Ja, Fokus am Start Dann haben wir da ein Schwert und Schild Noch ein Schwert und Schild Ein Welten im Wandel Und Sonne und Mond Base Auch nicht schlecht Aber ja, schauen wir mal Was sonst noch drinnen sein wird Ähm, die Intellion 4 Karte Auch mega schön Und dann machen wir noch Die drei Quardevoir Booster auf Oh, die geht leicht auf Resealed, hä? Resealed? Da habt ihr den Code Vor der Box Dann hätte ich gesagt, Weg des Champs zum Schluss Weg des Champs zum Schluss Da schaut es immer aus bei mir Haben wir mal die Pokusan Die Intellion 4 legen wir auch noch her Das heißt, wir haben heute schon Pool Hahaha, Promo-Karte Dann fangen wir mal mit so einem Mondpack an Vielleicht gönnt ihr das Schauen wir mal Da habt ihr mal den Code Und Wisst ihr, vier Karten nach vorne Energiekarte Superball Abarettos Aloha Radical Bauts Traumato Weltklasse Ich glaube, heute will der Fokus nicht so Da Wommel Panzer Aaron No Kamera noch eingestellt Wingen ein Fokus Frubal Argo Stella Und Masker Regen Naja, hat nicht gegönnt Welten im Wandel auch Wirklich sehr, sehr cool Schönes Set gewesen damals Und Schauen wir mal Vielleicht gönnt der Paps in Code Sonne und Mond Welten im Wandel So, da haben wir mal die Energie Topius Togedimaru Absol Flaschling Zipurze Fleckneul Piculente Iguana Alola Wulpix Und Hamann Pull Reshiram Und Zekrom In der Full Art Hey, cool Da Das Booster hat gegönnt Mal so richtig Das ist wirklich geil Nice Gehen wir weiter zum Schwert und Shield Pack Nice, nice Ah, Full Art ist wirklich cool Da habt ihr den Code Also das ist wirklich mega Dass die voll gegönnt haben So, da haben wir da wieder Energiekarte Bettis Kiki Sonderbonbon Kleptifuchs Lampi Diktar Kastatur Goldini Belectro In der Reverse Solo Und Inteleon Ist ja nicht so, dass wir heute schon ein paar haben Dann haben wir da Noch ein Schwert und Shield Und dann kommen wir mal zu den Weg des Champs Dann kommen wir zu dem Weg des Champs Da gönne ich den Code Vielleicht gönnen die heute Vielleicht gönnen die heute Da haben wir Energiekarte Es Glück sei Hoffentlich bringt es Glück sei Äh, heute Glück Schmetterhammer Hut Hut Dann haben wir den Pritzsiegel Wulpix Kleptifuchs Hupanze Kleptifuchs Rehersol Und Urgl.V In der Full Art Erstens Da hab ich mal gute Packs gegönnt Zwei Full Art Karten schon Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Weg Das ist James Dreimal Quadivore Welches Pack soll ich noch als erstes nehmen Fangen wir mit der rechten Seite an Fangen wir mit der rechten Seite an Oha Das geht schwer auf Das geht schwer auf Also Da ist ja der Code wieder verkehrt Habt ihr den Code Und Schau mal Rotterum Rad Rotterum Rad fehlt mir noch in der Reverse Solo Drei Reverse Solo fehlt mir noch Dann hab ich's voll Das ganze Set mit Reverse Holos Auch nicht schlecht Ero Cakes Und Galapareka Ducks Naja Schauen wir mal Im nächsten Pack Kann man nicht einfach das Pack jetzt ein Jura gönnen Das wär wirklich schön Da habt ihr den Code Das wär wirklich mega schön Ah Feuerenergie Komm Gönn Wuffels Wulpix Galagra Ducks Hyperheiler Fililio Inferno Pod Und Guardia V No Nicht schlecht Die gönnen heute wirklich die Packerl Nicht schlecht Drei Pools Das geht schon wieder nicht auf Das geht halt wirklich nicht auf Da habt ihr den Code Dann schauen wir mal Vielleicht haben wir da noch Eine Mega Karte drinnen Im letzten Pack Last Pack Glück Gönn uns das Gönn uns das Mit Maschok Zurokex Wuffels Wulpix Galagra Ducks Hyperheiler Wolvorock Und Inferno Pod In Holo Aber gut Da ist ja eben Eine Holo drinnen Wir haben auf jeden Fall Eine Urgel V In der Full Art Heute Zone Und Reshiram Und Zekrom In der Full Art Wirklich Mega krasses Artwerk Fällt mir Urgut Centering Von der Karte Ui 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 Oman ur dick Rechts so dick Unten dünn Schade Schade Trotzdem Nice Ausbeute Für heute Und wenn ihr Zukunft Seiche Videos Nicht verpassen wollt Dann lasst ein Like Auf das Video da Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Dann verpasst ihr nämlich nichts Haut rein